Ja, hier kriegt ihr einen wichtigen Tipp von mir. Diese Blasen, die am Fuß entstehen, aufgrund eines falschen Schuhwerks oder eines zu engen Schuhwerks, die solltet ihr belassen. Die kann man prinzipiell an einer Stelle öffnen, damit die Flüssigkeit sich entleeren kann. Dann tut es nicht mehr so weh. Den Rest sollte man drauflassen als biologischen Verband.